Servus Leute, was geht? Am Freitag den 24. gibt es einen 24-Stunden-Stream. Stream 24-Stunden-Stream. Der geht um 12 Uhr mittags los bis Samstag um 12. Genau und dann gehen wir um 18 Uhr auf eine Verlobung und also eigentlich Fick mein Leben streamen. Ja, also Fick mein Leben streamen auf jeden Fall. Wir werden verschiedene Games spielen, hauptsächlich Smite Rank natürlich, dann noch Ben und Ed, Warzone, Monopoly, eine Runde reicht, mehr will ich nicht spielen, ich kriege aggressiv. Stell dir vor Leute, wir spielen Smite Rank und dann Monopoly. Ja, und ASAP ist eh ein Hund, der verkauft nichts. Ich verkaufe nicht. Genau, wir werden auf jeden Fall viele Giveaways noch am Start haben, ein, zwei Wetten, an denen ihr auch teilnehmen könnt und was Größeres gewinnen könnt vielleicht. Genau und wenn ihr bei den Community Games mitspielen wollt, dann joint im Discord-Server. Die gehen um 21 Uhr los. Genau. Auf Twitch werdet ihr dann genauere Uhrzeiten zu den jeweiligen Games finden. Wir haben noch gegen Ende ein Puff eingebaut, wo wir random was anders spielen können. Ja. 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 Dann sieht man sich, würde ich sagen. Haut rein. Bis dann. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch von Herzen. Fickt euch. Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.